Was sind eigentlich die wichtigsten Märkte der Welt? Es sind nicht die Aktienmärkte, es sind die Anleihenmärkte. Die Anleihenmärkte haben mit Abstand das größte Volumen auf der Welt. Und Lynn Eldon sagt, die US-Anleihenmärkte sind jetzt kaputt. Felix Zulauf redet von Repression, von einer Achterbahnfahrt und von einem Drittel Gold in ein Depot. Wir sehen hier die Veränderung der letzten zwölf Monate. Rohstoffe haben weitestgehend zugelegt. Und es geht los mit diesen Themen. Mein Name ist Urban Jekle, Sie kennen mich vom Feierabend-Depot. Es geht zunächst um die Anleihen. Das ist der größte Teil dieses Videos. Warum sind die Anleihen mittlerweile gesteuert und verdummt vom früheren Begriff Smart Money? Ist heutzutage nicht mehr viel übrig. Das sagt Lynn Eldon, das werde ich hier begründen, mit sehr vielen Charts, die von ihr stammen. Und danach geht es noch um die Geopolitik. Felix Zulauf, ein ausgewiesener Experte, hat da auch ein schönes Video gemacht. Und ganz zum Schluss werde ich da noch einige Einblicke geben in Aktien und Optionen. Aber los geht es mit dem wichtigsten Thema, nämlich den Anleihen. Der größte Markt der Welt ist gesteuert und verdummt. Das sagt Lynn Eldon. Und wir schauen mal, was sie da damit meint. Zunächst mal wichtig. Die Anleihenmärkte haben ihre Aussagekraft verloren, sagt sie. Und die Anleihenmärkte sind wichtig, weil sie sind riesengroß. Und wir sehen hier zum Beispiel mal die Zinskurve, die Inversion, die wir im Moment haben. Das sind quasi die 5%. Wir bekommen im Moment in den USA 5% Zinsen für kurzlaufende Anleihen, aber weniger Prozent für langlaufende Anleihen. Das ist eine sogenannte Zinsinversion. Und immer wenn es das in der Vergangenheit gab, zum Beispiel 1980 oder hier 1988 oder 1999, danach folgte immer eine Rezession. Das war diese graue Phase. Aber im Moment sind die Bondmärkte nicht mehr so aussagekräftig, die Anleihenmärkte. Und da schauen wir jetzt mal drauf, warum das so ist. Erstmal ein Rückblick in die goldenen Zeiten der Anleihen. Das war damals ein gesunder Anleihenmarkt. Von 1980 bis 2020 an vier Jahrzehnte hatten wir fallende Zinsen. Und das war ein Wechselspiel von den Zinsen und der Wirtschaft. Im Endeffekt, immer wenn die Wirtschaft nicht so gut lief, dann kann man die Zinsen ein bisschen erhöhen, senken. Dann läuft die Wirtschaft wieder besser, weil Kredite billiger werden. Wenn die Wirtschaft überhitzt, dann muss man die Zinsen wieder ein bisschen erhöhen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt konnte man die Zinsen immer weiter senken. Das war auch möglich dank Erhöhung von Produktivität und durch Globalisierung und so weiter. Wenn wir da mal ganz genau reinschauen, das war damals ein effektiver kleiner Anleihenmarkt. Und da wurde auch der Begriff geprägt von dem Smart Money. Und in den 80er Jahren hatte die USA im Verglichen zum Bruttoinlandsprodukt nur 30% Schulden. Heute hat sie 120% Schulden. Und der Anleihenmarkt ist ein großer, dummer Anleihenmarkt geworden. Da schauen wir jetzt mal ganz genau drauf, wie man da drauf kommt. Nämlich die USA, der Ursprung allen Übels sind diese hohen Schulden. 120% vom Bruttosozialprodukt, Felix Zulauf sagt, wenn man die künftigen Pensionen und so weiter einrechnet, sind wir jetzt eher hier bei 800%, bei Deutschland bei 400%. Das heißt, diese Zahlen sind eigentlich noch viel zu niedriger. Und heutzutage ist die Federal Reserve schon der größte Anteilseigner von diesen ganzen Anleihen und von den Schulden. Und das wird auch nicht mehr weniger werden. Der Tiefpunkt wird sehr wahrscheinlich 2025 erreicht werden. Aber wir sehen, das wächst die ganze Zeit. Und wir sind jetzt hier schon bei 8.000 Milliarden, also 8 Billionen Dollar, was die hier an Anleihen halten. Und ironischerweise sagt Lin Elden, der Anleihenmarkt hat seine Größe deutlich erhöht. Aber gleichzeitig ist die Liquidität geschrumpft. Und das ist hier dargestellt. Wir sehen hier, wie die Anzahl der Treasuries, die Summe immer weiter steigt. Hier von 11 Billionen auf 26 Billionen von 2013 bis 2023. Zulauf sagt, alle 8 Jahre werden die Schulden verdoppelt. Aber gleichzeitig hier rechts sehen wir, die Liquidität, die fällt in der gleichen Zeit prozentual gesehen von 4,6% auf 2,88%. Im Endeffekt ist der Anleihenmarkt ein aufgeblähter dummer Elefant geworden. So kann man das bildlich ausdrücken. Und dann hat noch Corona als Brandbeschleuniger gewirkt. Wir sehen hier die Anleihen. Und mit der Corona-Krise sind die Anleihen gestiegen, die Zinsen gefallen. Das bewegt sich ja immer invers. Das heißt, es war die natürliche Bewegung erstmal in die US-Anleihen. Weil man ist geflüchtet aus Gold, aus Aktien, aus allen möglichen Assets. Und ist dann in das Sicherste scheinbar gegangen, in die US-Anleihen. Aber in der Corona-Krise hat sich dann gezeigt, dass es doch nicht so viel Vertrauen hatte, wie man davor angenommen hat. Und die US-Anleihenmärkte sind hier kollabiert. Und die Notenbanken mussten hier massiv eingreifen. Das ist jetzt hier dargestellt. Der Anleihen-Crash wurde gestoppt durch massive Eingriffe. Market Liquidity became substantially impaired as investors sold large volumes of medium and long-term Treasuries. Rapid purchases of treasury by the Federal Reserve. Also die Notenbanken mussten massiv eingreifen, um diesen Ausverkauf zu stoppen. Und das sehen wir auch hier nochmal. Die Fed kam da rein mit einer Bazooka und hat einfach immer in drei Wochen eine Billion an Anleihen gekauft. Und hat den Crash abgewendet durch diese massiven Eingriffe, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass wir negative Zinsen haben. Aber im größeren Bild sehen wir, in diesem Aufwärtstrend der Anleihen, dann kam dieser Crash. Und der Crash, der hier so aussah wie ein Unfall, der hat sich dann aber im Endeffekt dann zwei Jahre später doch massiv wiederholt, wo dann die Zinsen hoch mussten und dann sind die Anleihen doch abgestürzt und zwar noch tiefer als damals. Und im Endeffekt haben die ganzen Eingriffe dann mehr geschadet als genützt. Hier haben wir nochmal die Anleihen ganz, ganz langfristig, seit 2008. Insbesondere hier diese Phase, was eigentlich so angefangen hat, 1980. Das war halt eine Phase von Globalisierung, billige Waren aus China und so weiter, Drückeninflation und natürlich gleichzeitig steigende Produktivität. Und dann sehen wir diesen Spike hier von Corona im Anleihenmarkt. Das war der erste Tiefschlag quasi. Und dann hier die Zinserhöhungen, die dem hier den langlaufenden Anleihen natürlich einen massiven Rückgang versetzt haben. Wenn wir das nochmal geschichtlich ein bisschen aufarbeiten. 2007, 2008 war ja damals die Immobilienkrise. Da gab sich die Fäden noch optimistisch und hat gedacht, sie kann alles später noch reparieren. Sie sagen, ja, wir können später noch sparen. Erstmal wurde die Geldmenge ausgeweitet um 4 Billionen. Aber das können wir später in Ruhe wieder einholen. Aber dieses Ziel, was man da ausgegeben hat, das war hier vor dieser Immobilienkrise. Da waren wir noch bei einer Billion ungefähr. Und dann wurde hier massiv erhöht und noch mehr erhöht. Und das Ziellevel war eigentlich dann wieder auf 2,3 bis 2,8 Billionen zurückzukommen. Dieses Ziel hat man nie erreicht. Und so ähnlich geht es eigentlich jetzt. Hier waren dann die Corona-Ausweitungen. Und auch hier hat man gewisse Ziele, um das wieder zurückzufahren. Aber das wird nie erreicht werden. Und gleichzeitig kommen dann noch Fiskalmaßnahmen dazu, wo man noch mehr Schulden macht. Da komme ich später noch dazu. Also sie konnten im Endeffekt nicht mal mehr auf unter 3,7 Billionen kommen. Die Ziele wurden weit verfehlt. Und trotzdem, so 2017 wurde die Federal Reserve, die Notenbanken, wurden immer mehr besorgt. Die Inflation könnte zu tief sein. Denn 2017, ein paar Jahre später, ist die Jelen immer besorgt. Das ist so ein schöner Chart von aus dem Netz. Immer wenn die S&P 500 so einen Rücksetzer hat, dann kommt die Jelen irgendwie besorgt. Und dann wird im Endeffekt wieder Geld in die Märkte gepumpt. Der Volatilitätsindex WIX fällt. Und die US-Aktien steigen wieder. Das ist Jelen 2024. Lynn Eldon hat damals 2019 schon gewarnt. Aber wenige Experten haben es gesehen. Sie sagte damals, dass die Inflation natürlich zurückkommt. Und da 2022 sehen wir diese Inflation. Die Niveaus sind höher als jemals zuvor in den letzten vier Jahrzehnten. Und auch die Aussichten sind weiterhin inflationär. Trotzdem haben wir, wie gesagt, niedrige Liquidität, relativ und weiterhin auftretende Probleme. Zum Beispiel daher gab es diese Bankenkrise. Und die Kernthese von Lynn Eldon ist, dass die Banken jetzt ihre Fähigkeit verloren haben, irgendwas vorherzusagen. Und überhaupt, die Anleihenmärkte haben quasi ihre Vorhersagefähigkeit eingebüßt. Was wir hier sehen, ist die Broad Bunny Supply, also die Ausweitung der Geldmenge. Es gab schon immer, dass die Geldmenge ausgeweitet wurde. Aber es gab halt diese Beschleunigung um das Jahr 2020. Und das hat halt dazu geführt, dass die Inflation hochgeht. Und wenn wir jetzt sagen, die Inflation kommt runter, dann meinen wir eigentlich nur, dass diese Beschleunigung von den Preisanstiegen runterkommt. Das heißt aber nicht, dass die Preise nochmal hier runterkommen, sondern es wird einfach langsamer, teurer. Und die Zinserhöhungen, die Skaba 2022, die wurden teilweise wieder aufgehoben durch Steuergeschenke. Also Ellen hat 2020 darauf hingewiesen, jetzt kommt da eine Zeit der Fiskeldominanz, wie sie das nennt. Also die Steuerpolitik wird wichtig. Und im Endeffekt essen wir unseren eigenen Brei, sagt sie hier. Also im Endeffekt ist es jetzt ein selbstgesteuerter Kreislauf, dass Liquidität und Geschenke reingegeben werden und gleichzeitig die Zinserhöhungen absurd umführen. Der Anleihenmarkt hat jeglichen Informationsgehalt verloren, ist gerade das Gegenteil von 1980 und hat quasi keine Vorhersagefähigkeit mehr. Und das Ganze frustriert zum Beispiel auch solche Anleihe-Experten wie Jeffrey Gundlach, der auch gerade ein Video gemacht hat. Das teile ich auch unter diesem Video. Dieser Anleihemilliardär hat ein Anwesen auf dem Land mit Selbstversorgung. Er sagt, es kommt einiges auf uns zu. Er redet hier von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und so. So weit muss es natürlich nicht kommen. Wir schauen jetzt mal auf einen Fondsmanager, Felix Zulauf, Assetmanager seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich, Schweizer, konservativ. Und er redet von einer Achterbahnfahrt, die auf uns zukommt in den nächsten Jahren und von volatilen Zeiten. Ich habe mal das Video hier so ein bisschen zusammengefasst für Sie. Er sagt, die Demokratien, das kommt immer mehr so, dass die ein paar totalitäre Züge annehmen. Also China haben wir ein totalitäres System. Und wir haben Züge davon. Hat sich zum Beispiel gezeigt in der Corona-Politik, wo es am Anfang logisch war, dass man bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, dass man vorsichtig war. Aber gegen Ende wurde es dann immer undemokratisch. Natürlich, China war extrem. Die haben eine komplette Kontrolle gemacht. Aber in anderen Ländern war es halt auch so, dass es nicht mehr so richtig demokratisch war, dass vieles gelenkt war, viele Verordnungen gab es. Und das wurde insbesondere hinterher nicht aufgearbeitet. Dann wurde er gefragt, wie sieht es denn aus? Wie lange kann das Dollarsystem noch bestehen? Und gibt es Alternativen noch BRICS? Da hat er gesagt, China und Russland machen natürlich ein eigenes Währungssystem, wo sie ihren Handel abwickeln können, weil die immer mehr zusammenwachsen. Aber das ist eher ähnlich dem EQ, also eine geschlossene Währung, geschlossene Kapitalverkehrsbilanz, aber keine neue Währung. Dann hat er noch mal darauf hingewiesen, dass wir halt 40 Jahre diese fallenden Zinsen hatten, keine Inflation. Wegen China, wir hatten billige Güter, das ist jetzt zu Ende. Und dass sich die US-Staatsschulen alle acht Jahre verdoppeln, wenn man es richtig misst, wäre es sogar noch höher. Und ein Kernsatz ist, dass er sagt, die EU wird zuerst aufbrechen, bevor die USA aufbricht. Und er sagt, es wird sich die nächsten zehn Jahre manifestieren. Er redet sogar eher von fünf bis acht Jahren. Oder auch Barzahlungen, über 10.000 Euro wären verboten. Es wird immer repressiver. Es geht Richtung Kommunismus. Und die liberalen Kräfte werden leider immer schwächer, gerade im Moment. Und dann wurde halt noch gefragt, wie stellt er sich auf? Und natürlich, er redet von einer Achterbahnfahrt. Und er sagt, wer traden kann, wer sich auskennt, kann da viel Geld verdienen. Gerade auch, weil jetzt natürlich viel Volatilität im Spiel ist. Da freut sich zum Beispiel der Options-Trader. Aber wer sich da nicht so gut auskennt, ist mit einem einfachen Portfolio ein Drittel Gold, ein Drittel Aktien, ein Drittel Cash gut aufgestellt. Und dann wurde er gefragt, warum kein Bitcoin? Er sagt, Bitcoin hat keine so eine lange Historie. Und er sagt, das ist zum Beispiel jetzt verboten in China, Türkei und Russland. Man kann halt damit nur noch im Untergrund operieren. Und dann kam dann im Forum die Frage, Bitcoin verbieten geht eigentlich nicht, hat einer behauptet. Das ist nicht umsetzbar. Das stimmt zwar, aber die Antwort, die US-Behörden verbieten den Geschäftsbanken, US-Dollar gegen Bitcoin zu handeln, beziehungsweise umgekehrt und O-Systemos einfach mal gut nachdenken. Gerne können Sie da Ihre eigene Meinung dazu schreiben. Und wir sehen jetzt hier mal, zu was das alles geführt hat, so die letzten Jahre, diese ganze Geldpolitik. Wir sehen, dass Gold und Aktien haben massiv profitiert von diesen inflationären Tendenzen, während die Anleihen, vor allem die Langlaufenden, völlig unter die Räder gekommen sind und sich kaum davon erholen. Und dann gibt es natürlich solche wilden Auswüchse, dass Kupfer zum Beispiel einfach mal hier 25% dieses Jahr gewonnen hat. Das sieht also nicht nach einer Rezession aus, obwohl die invertierte Zinskurve das eigentlich ganz klar vorhersagen würde. Aber da sind wir halt wieder dabei, dass es halt kaum noch eine Aussagekraft hat, diese Anleihenmärkte. Es sieht im Moment eher so nach Inflation, Stagflation aus. Und dann gibt es an der Börse natürlich auch einige Exzesse, kann man sagen. Da steigt eine Nvidia, die mittlerweile schon mehrere Billionen Marktkapitalisierung hat oder zumindest eine Billion. Die steigt einfach mal 10% nach den Zahlen und der ganze andere Markt ist weitestgehend rot. Daher ist eine Aktienauswahl natürlich sehr wichtig. Für das Feierabenddepot gibt es da gerade ein Angebot noch bis zum 30.05. Und auch im Optionskurs können wir weiter von hoher Volatilität profitieren. Das ist mein Equity-Kurve. Die letzten zwei Jahre von 30.000 auf 57.000 Euro habe ich das hochgetradet mit ganz klaren Regeln, die Sie auch umsetzen können über meinen Videokurs. Da können Sie erstmal ein Paper Trading üben ohne Risiko. Sie bekommen ein Masterfile, dass Sie ganz genau die gleichen Einstellungen wie ich hier umsetzen können. Da gibt es auch ein Sonderangebot für den Options-Videokurs bis zum 30. Mai finden Sie auch unter dem Video. So, da bin ich bei der Zusammenfassung dieses Videos angelangt. Der größte Anleihenmarkt der Welt, der Anleihenmarkt, wird immer mehr durch Eingriffe der Notenbanken deformiert, kann man sagen, manipuliert. Und damit wird er im Endeffekt verdummt. Also deformiert ist das falsche Wort, sondern wird im Gegenteil ausgeweitet. Trotz dieser Ausweitung nimmt die Liquidität ab. Und es gibt immer mehr Krisen und die werden immer wieder so bewältigt wie hier halt durch Eingriffe. Und im Endeffekt ist es dann einfach so, dass die Anleihen dafür sorgen unter diesen ganzen Eingriffen. Und im Endeffekt das Wachstum der Geldmenge, dass die Inflation sich ausweitet. Und davon profitieren verschiedene Anlageklassen, zum Beispiel Gold oder Aktien. Und daher sagt Felix Zulauf auch für mich folgerichtig, dass er in einem konservativen Depot Aktien und Gold übergewichtet und einen Teil in Cash hält, um in dieser Achterbahnfahrt dann zu profitieren. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ganz wichtig zum Schluss, wie immer, der Haftungsausschluss. Dieses Video ist keine Anlageempfehlung. Alle vorgestellten Finanzinstrumente sind riskant. Ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Sie handeln immer auf eigenes Risiko. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Gehen Sie vielleicht ein bisschen an die frische Luft. Das werde ich nachher auch tun. Und dann sehe ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.